Meine erste Begegnung war sehr überraschend und schön, da habe ich einen großen Adeligen, die aufrechter saß, fast zwei Meter groß und mit einem sehr guten Herz, so mit einem Schalk im Auge, konnte auch gut diese Seite zeigen in unserer Begegnung und das hat mir sehr imponiert. Eigentlich hat auch meine Haltung zum Zen und zum Leben markiert, eine diskrete Größe und gleichzeitig Einfachheit und eine unglaubliche Schlichtheit in seiner Art zu reden, in seiner Art zu wirken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017